Leute, ich bin so mad. Ich hab für heute wirklich ein richtig, richtig, richtig geiles Video vorbereitet. Ich hab ein schönes Matchmaking gespielt, mit wunderbar tollen Mitspielern. Und hab halt voll geschickt, natürlich, wie ich bin, auch auf den Stream hinzugesprochen, der jetzt ja gleich ist um 18 Uhr. Und dann hab ich's um ungefähr 15 Uhr, 15.20 Uhr oder sowas, enkodieren lassen, also den Render-Vorgang gestartet. Und nach ungefähr zwei Stunden und x Minuten, also gerade eben halt, es wären noch ein paar Minuten Rendern übrig gewesen, so 22 Minuten, hängt sich einfach das Render-Programm auf. Jetzt. Ich kann's jetzt nicht mehr bringen, weil wenn ich's jetzt anfangen würde zu rendern, würden wir dann um 10 Uhr oder sowas streamen. Es hat alles perfekt gepasst, um Gottes Willen. Komm, ich mach die Skins auf zur Beruhigung. Das ist echt so zum Kotzen. Naja, ich kann das Video jetzt aber auch nicht für morgen hochladen, weil es eben für einen Tag gemacht wurde, an dem halt um 18 Uhr der Stream kommt. Das heißt, ich werd's erst nächste Woche Dienstag hochladen können, was mich noch mehr abfuckt. Es hätte jetzt einfach perfekt gepasst, jetzt hab ich halt nichts. Jetzt steh ich nackt da. Jetzt ist der Stream gleich in 30 Minuten und ich muss noch Skins raussuchen, Skins verschicken. Also ich hab überhaupt keine Zeit mehr, um irgendwas zu machen. Darum sag ich jetzt halt einfach das hier, dass ich richtig abgefuckt bin und dass dann am Dienstag das Video kommt und ja, und halt weitere Videos dazwischen, aber das halt nicht. Wisst ihr, was auch scheiße ist? Wenn wir heute verkacken im Highgame, dann muss ich ja einfach, um zu kontern, direkt wieder ein Solo machen und dann kommt es vor dem anderen. Oder ich mach's dann für Donnerstag. Weil sonst haben wir beim nächsten Highgame, ähm, den Downrack. Scheiße. Naja, ich werd jetzt dann gleich Skins raussuchen für's Giveaway und wir sehen uns dann, äh, jetzt gleich, halt. 18 Uhr geht der Stream los, wisst ihr ja. Bis gleich. Und sorry für kein Content, aber... Okay.